Selbstständigkeit in 60 Sekunden heute mit Mira und Jasper. Zusammen machen wir Schmitz Bagel. Cool. Was macht ihr mit Schmitz Bagel? Aktuell verkaufen wir in erster Linie Bagel, aber wir haben darüber hinaus eine Mission. Und zwar haben wir uns das Ziel gesetzt, den CO2-Ausstoß im Lebensmittelbereich zu reduzieren. Die Lebensmittelbranche verbraucht über 37 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes. Und essen müssen wir alle. Das ist ein Konsumprodukt, bei dem wir nicht sparen können. Also haben wir uns das Ziel gesetzt, dass wir zumindest in dem CO2-Ausstoß, in der Produktion der Lebensmittel sparen. Und das wollen wir vor allem dadurch tun, indem wir regionale Lebensmittel anbieten und indem wir biologisch erzeugte Lebensmittel anbieten, die eben einen deutlich geringeren CO2-Ausstoß haben, um es so den Konsumenten zu ermöglichen, trotzdem Lebensmittel zu konsumieren, aber eben mit einem kleineren CO2-Fußabdruck. Sehr cool. Wie seid ihr dazu gekommen? Vor zwei Jahren haben wir beide unsere Bachelorarbeit darüber geschrieben. Jasper einmal über Green Franchising und ich über nachhaltige Unternehmensführung. Und dann kam die Corona-Zeit, die Ladenflächen wurden frei und wir haben gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Und haben angefangen. Ohne irgendwelche Vorkenntnisse? Wir haben beide immer nur in der Gastro gearbeitet, aber das war eigentlich die einzige Vorkenntnis, die wir hatten. Und dachten, das bekommen wir hin. Und haben dann angefangen. Mega cool. Aber wie seid ihr denn auf Bagel gekommen? Wir waren in Kopenhagen zusammen im Urlaub und haben da so einen kleinen Bagelladen entdeckt, der wirklich auch nur to-go verkauft hat. Alle Bagel immer frisch belegt und dann hat man das halt mitgenommen. Und es war super lecker. Es war viel los. Das war irgendwie ein Konzept, das uns gefallen hat. Und wir haben uns gedacht, wieso gibt es sowas in Hamburg nicht? Und haben dann uns ein bisschen schlau gemacht und haben gemerkt, ja, es gibt es zurzeit wirklich nicht. Und dann haben wir uns, genau, wie gesagt, hingesetzt, das Konzept ausgearbeitet, einen Businessplan geschrieben und gesagt, lass uns einfach starten jetzt. Jetzt ist die perfekte Zeit dafür. Und haben es dann gemacht. Cool. Das heißt, ihr habt direkt aus dem Studium raus gegründet? Ja, nochmal ein Jahr war da Pause. Und dann haben wir eigentlich angefangen, so danach. Und das war eigentlich auch mit die schönste Zeit, weil wir ganz viele Betriebe halt besuchen konnten, testen konnten, alles mal essen konnten. Und das hat richtig Spaß gemacht, immer so die Umgebung Hamburg so richtig kennenzulernen vom Food-Bereich her. Sehr cool. Und dann erklärt das dann nochmal genau. Also ihr habt euch dann hingegangen, ihr habt das entschieden, ihr habt das gemacht. Dann Ladenfläche, wahrscheinlich auch Kredit. Wie seid ihr damit umgegangen? Genau, wir hatten das Glück, dass wir das Geld aus dem privaten Umfeld uns leihen konnten, dass wir eben nicht mit unserem Businessplan zu einer Bank gehen mussten, sondern wir das Geld hatten. Aber klar, wir haben einen Businessplan erstellt, haben uns überlegt, wie viel Geld brauchen wir zum Start. Haben dann auch das Glück gehabt, dass wir eine Bioland-Bäckerei, die Landbäckerei Dickhaus als Partner gewinnen konnten, haben, die für uns eben die Bagel in Bioland-Qualität produziert und das halt auch sofort auf einem Niveau, das wir selber gar nicht hätten leisten können und vor allem, was Qualität und Quantität angeht. Und mit dieser Unterstützung im Rücken haben wir dann halt einfach angefangen zu gründen. Und dann habt ihr den Laden eingerichtet oder gemietet und dann habt ihr einfach aufgemacht? Also einfach aufgemacht leider nicht. Durch Corona gab es die meiste Ware tatsächlich noch gar nicht. Heißt, wir hatten sehr viel Holz in unserer Theke verarbeitet, die erstmal gar nicht geliefert werden konnte, wo man ja am Anfang gar nicht drüber nachgedacht hat mit den ganzen Lieferketten. Das hat dann ein bisschen gedauert, aber dann haben wir zu Anfang nur mit einem Teil der Theke angefangen, weil beispielsweise die Glasscheibe aus Italien kam und gar nicht geliefert werden konnte. Und dann hatten wir erstmal nur eine Plastikscheibe, aber es hat auch funktioniert, hat natürlich niemand gesehen. Und am Ende dachten wir, warum haben wir eigentlich so eine teure Glasscheibe gekauft? Ja, improvisieren lohnt sich häufig. Und wie sind die Leute dann auf euch aufmerksam geworden? Wir hatten das Glück, also wir sind Partner der Regionalwett AG. Das ist so ein Zusammenschluss hier aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Da sind eben Betriebe drin, hauptsächlich Landwirtschaftsbetriebe, aber auch viele Manufakturen und eben Gastrobetriebe, die sich auch zum Ziel gesetzt haben. Wir benutzen regionale Produkte, wir unterstützen die regionale Landwirtschaft, vor allem die Biolandwirtschaft. Und es gibt die Hobenköck im Oberhafenquartier. Das ist so ein Vorreiter in dem Bereich. Und die sind eben auf uns zugekommen als neuer Partner in der Regionalwett AG und haben uns gefragt, ey, ihr macht Bagel, wir brauchen was für unsere Kühltheke, für die Leute zum Direktessen. Und dann haben wir natürlich sofort gesagt, ja, wir machen das. Wir haben da schon verkauft, bevor der Laden überhaupt auf war. Und hatten dadurch natürlich ein super Schaufenster, weil die wirklich, was so den Öko- und den regionalen Bereich angeht, wirklich stark sind. Und dadurch kamen dann auch direkt die ersten Catering-Anfragen. Was wir nie als Bereich aufgeschlossen hatten. Wir dachten, man muss immer ein etabliertes Unternehmen sein, um Catering machen zu können. Aber Catering war das erste, bevor die Türen überhaupt offen waren, haben wir Caterings gemacht. Das ist ja super. Genau. Und so hatten wir dann irgendwie schon Fuß in der Tür. Und dann habt ihr die Tür dann aufgemacht und es wurde noch besser. Genau. Und dann ging es direkt los. Also wir sind, der Standort ist auch sehr frequentiert. Das heißt, man ist auf dem Weg zur Arbeit, gehen da sehr viele Leute vorbei. Die haben das halt bemerkt, dass da irgendwie was entsteht. Und dadurch, dass es recht lange gedauert hat, bis wir auffahren, war halt irgendwie schon viel Aufmerksamkeit durch die Laufkundschaft da. Und deswegen hatten wir einen ganz, ganz soliden Start auf jeden Fall. Okay, aber es war ja immer noch Corona zu der Zeit, richtig? Das heißt also, viele Leute sind ja nicht ins Büro gefahren. War das ein Problem? Also anfangs nicht, weil es gab ja dann zwischenzeitlich die Phase, wo alles wieder halbwegs normal war. Aber dann kam natürlich mit den neuen Regeln, sodass man irgendwie geimpft sein musste oder Maske tragen musste. Und so, das haben wir dann schon gemerkt. Da wir aber sehr viel To-Go-Verkauf haben, hat uns das jetzt nicht so hart getroffen wie Gastro-Unternehmen, die wirklich auf ihre Sitzplätze angewiesen sind. Deswegen hatten wir auch Corona-bedingt Gott sei Dank einen reibungslosen Start. Okay, und dann lief es irgendwann so gut, dass ihr sogar einen zweiten Laden aufgemacht habt. Ja, das haben wir relativ schnell dann entschlossen, dass wir das machen möchten. Wir haben das damals, dadurch, dass wir über Franchise ja geschrieben haben, hatten wir schon den Hintergedanken, dass wir das gerne so aufbauen wollen würden, wenn das Konzept eins halt funktioniert. Und mit dem ersten Start haben wir eben gemerkt, das funktioniert, die Leute interessieren sich für. Und dann haben wir diesmal einen anderen Standort ausprobiert, in der Neustadt, wo dann eben viel mehr Mittagsgeschäft ist, um zu gucken, okay, funktioniert da unser Konzept eigentlich auch. Und ja, und auch da funktioniert es eigentlich auch gut. Gab es einen Moment beim ersten Laden, wo ihr wusstet, boah, das Ding läuft? Ich glaube, als man das erste Mal so hatte, so Catering gleichzeitig und Laden, und dann dachte so, ey, man kann ziemlich schnell gut was umsetzen. Also ich glaube, das war so der Moment, wo... Also ich glaube, vor allem, als wir gemerkt haben, wie dankbar eigentlich dieses Produkt ist. Weil man kann einen Bagel, den kann man morgens essen, mittags. Der schmeckt süß, der schmeckt herzhaft. Er ist sehr vielseitig, man muss ihn nicht irgendwie erhitzen. Man kann ihn deswegen sehr gut vorbereiten und irgendwie an Büros liefern. Die stellen ihn auf den Tisch, da kann man den ganzen Tag essen. Dadurch haben wir gemerkt, es ist halt etwas, was sich auch mit sehr wenig Raum sehr gut skalieren lässt. Man braucht keine großen Produktionsküchen. Man kann das alles halt eben auch in den Ladenflächen machen. Und ich glaube, als wir das realisiert haben, wie praktisch und auch wie schnell produziert dieses Produkt ist, haben wir gemerkt, da geht auf jeden Fall was. Ich werde nochmal darauf zurückkommen. Also ihr habt ja dann auch relativ schnell, habt ihr gesagt, den zweiten Laden eröffnet. Das heißt, ihr müsst ja sehr schnell Mut geschöpft haben, von hier geht mehr. Ja, das wird immer gesagt, dieser Mut. Aber ich glaube, diesen Gedanken hatten wir nie. Wir haben gedacht so, das passt jetzt gerade, es fühlt sich richtig an, wir machen das jetzt. Und es war für uns nie ein großes Wagnis jetzt zu sagen, wir gehen diesen zweiten Schritt nochmal und stecken da das Geld rein, weil wir ja wirklich dann jeden Cent in den zweiten Laden gesteckt haben. Aber irgendwie hat sich das nie als Riesenwagnis angefühlt, sondern immer gesagt, so gut, das fügt sich. Wir hatten halt immer dieses Ziel halt, dass wir zeigen wollen, das ist ein Produkt, das man skalieren kann. Auch wenn man mit regionalen, mit hochwertigen Bioprodukten arbeitet, kann man das skalieren. Und deswegen wollten wir eben auch zeigen, es ist egal, ob wir ein oder ob wir zehn Läden haben, wir werden immer gute Qualität haben. Und Systemgastronomie muss nicht bedeuten, dass man irgendwie Metro-Ware oder irgendwie, ich sage mal, Billigware verkauft, sondern dass das eben auch mit Bioland und kleinen Handwerksbetrieben funktioniert. Und jetzt nochmal weitergesprochen, jetzt geht dieser Plattform-Gedanke ja wahrscheinlich erst richtig los. Könnt ihr darüber ein bisschen erzählen, was ihr euch da im besten Fall darunter vorstellt? Genau, also bei uns in den Läden ist es so, dass jeder Kunde immer genau weiß, welche Produkte er da isst. Das heißt, in unseren Saladetten sind immer wie in der Eisdiele ein kleines Schild. Da steht dann drauf, das ist der Mozzarella von dem und dem Laden, das ist der Frischkäse aus dem und dem Laden. Dann haben wir eben, dadurch hat halt der Partner, der uns die Produkte liefert, die Möglichkeit, auf sein Produkt aufmerksam zu machen. Darüber hinaus haben wir so Partnerplakate, wo der Betrieb eben was über sich schreiben kann, welche Standards er erfüllt und auch woher er stammt. Und dadurch können die Kunden eben die Produkte, die sie bei uns essen, auch wirklich erleben und wissen auch, was habe ich da gegessen? Und wenn sie das dann irgendwie im Supermarkt sehen, sagen sie, ey, das habe ich ja bei Schmitz Bagel gegessen, das schmeckt super, ich kaufe mir das jetzt auch für zu Hause. Teilweise kann man Produkte bei uns auch direkt kaufen. Also du isst beispielsweise ein Produkt, findest das lecker und kannst das direkt mit nach Hause nehmen, weil manche Produkte gar keine Möglichkeit haben, im Supermarkt beispielsweise gelistet zu werden. Und dann gehen sie halt über die Gastronomie und haben da eben die Möglichkeit, auch schon Verkäufe zu haben. Und wir haben beispielsweise auch unseren Speisekarten, auch oft die Namen von dem Partner. Zum Beispiel der Bagel heißt dann nach dem Partner. Dadurch haben halt die Kunden weniger Berührungsängste mit neuen Produkten, weil wenn es irgendwie in einem Bagel, in einem Rezept eingearbeitet ist, probiert man es, man merkt, das schmeckt mir gut, auch wenn ich es vorher vielleicht gar nicht gegessen hätte. Und dadurch testet man dann eben neue Waren. Und das merkt man, dass das wirklich gut funktioniert und sehr viele Lebensmittelhersteller daran interessiert sind, ihre Produkte eben auf unseren Bageln dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Ja, sehr cool. Und eingangs habt ihr ja gesagt, eure eigentliche Mission ist, CO2 zu reduzieren. Das heißt, eure Ambitionen sind sehr groß. Wie geht es weiter? Wo steht Schmitz Bagel in fünf Jahren? Das ist eine gute Frage. Hoffentlich haben wir dann zumindest in Hamburg noch einige Läden mehr und haben gezeigt, dass das funktioniert, auch auf lange Sicht, dass man eben mit hochwertigen und auch CO2-ärmeren Produkten ein erfolgreiches Systemgastronomie-Unternehmen betreiben kann. Beispielsweise sind wir gerade dabei, auch Produkte aus eigener Hand zu entwickeln, um eben diese CO2-Reduzierung nochmal nach vorne zu bringen. Beispielsweise bieten wir keine Avocado bei uns an, sondern haben eine Alternative, die Erbsomola auf Erbsen, eben aus der Region. Und dieses Produkt kommt auch super gut an, wo wir auch schon gefragt wurden, warum habt ihr das nicht abgefüllt beispielsweise? Warum verkauft ihr das nicht? Dass wir auch schon gedacht haben, warum kann man nicht gemeinsam irgendwie Produkte entwickeln und dann Alternativen bieten, dass man sagt, du musst nicht unbedingt die Avocado von weit her essen, sondern kannst auch die Erbsomola zum Beispiel essen. Das ist ja super cool quasi, weil ihr ja direkt am Kunden, mit den Kunden zusammen neue Produkte entwickelt und halt auch immer sofort das Feedback bekommt. Das ist ja super spannend. Wir können immer direkt testen, was schmeckt, was geht gut und wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir nicht den Weg über den LEH gehen, sondern wir können direkt sagen, hat nicht funktioniert, wir probieren das nächste Produkt. Und da wir eben die Flächen haben, haben wir auch die Möglichkeit, alles auszuprobieren. Okay, cool. Jetzt seid ihr ja zwei Jahre dabei, gerade zweiter Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Was würdet ihr denn im Nachhinein anders machen? Ich glaube nicht am Anfang so viel Geld in die Theke stecken. Wir haben sehr viel Kapital gebunden, indem wir uns eine gigantische Theke reingesetzt haben. Das war auch wirklich sehr viel wert, aber ja, so eine Glasscheibe hätte es nicht unbedingt sein müssen. Also da kann man ein bisschen sparen, würde ich behaupten. Und immer eine gute Spülmaschine kaufen. Das ist das A und O in der Gastro. Also hat uns einige schlaflose Nächte gekostet auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, dass es sinnvoll ist, weniger voraus zu planen, sondern erst mal zu machen, weil wir haben gemerkt, das meiste, was wir geplant haben, hat überhaupt nicht gestimmt. Das kam überhaupt nicht hin. Dafür sind ganz andere Sachen passiert, die wir gar nicht auf dem Zettel hatten. Und deswegen nicht zu viel planen, nicht zu lange im Kopf machen, sondern erst mal ein klaren, wichtiges Grundgerüst legen, dass man nicht völlig blind in den Wald läuft, aber dann, sobald man eine Idee hat, anfangen. Gibt es ein Highlight aus den letzten zwei Jahren, wo du sagst, boah, ist ja geil. Ich glaube, das Coolste war, als wir zwei Läden auf hatten und das erste Mal nicht da waren und das lief. Also man dann zu Hause den Umsatz checken konnte, das war ein schöner Moment, wo man so wusste, man kann sich Stück für Stück rausziehen und es trotzdem gut funktioniert. Das hat sich wirklich das erste Mal angefühlt, das wäre man irgendwie ein Unternehmer, weil man irgendwie gemerkt hat, die Läden laufen, aber man selbst ist nicht vor Ort. Man muss nicht selber jetzt tätig werden, sondern man hat das soweit alles delegiert und arrangiert, dass alles funktioniert. Und gab es noch ein Lowlight, wo ihr dachtest, oh, Manu? Ich glaube, das passiert immer wieder, wenn man manchmal denkt, dann kommt irgendwie beispielsweise bei Catering auf die Fragen dann ganz spontan an. Man muss aber als kleines Unternehmen dann schnell performen und sagen, ja, wir machen das, wir können das liefern, aber eigentlich haben wir noch nie so ein großes Catering zum Beispiel gemacht. Und da dann schnell zu sagen, okay, wo kriegen wir jetzt die Ware, weil wir ja auch viele kleine Produzenten haben. Und das ist dann manchmal echt, wo man hinter allem hinterher rennt und denkt, oh Mann, ey, das wird vorne und hinten niemals was werden. Ich denke, so ein generelles Lowlight, vor allem in der Gastro, ist natürlich, wenn man die Umsätze sieht, dass die heute nicht gut sind. Trotzdem hat man irgendwie vier Leute vor Ort, die man bezahlen muss. Und dann denkt man natürlich, buf, das ist jetzt ein schöner Minustag heute. Aber darüber muss man dann halt hinwegsehen und irgendwie den Monat betrachten und merken, insgesamt geht es immer weiter aufwärts. Die Umsätze stimmen, aber diese einzelnen Tage, die nicht gut sind, die auszublenden, das war anfangs sehr schwer. Und sich davon nicht runterziehen zu lassen und denken so, was machen wir hier eigentlich? Und nicht vergleichen. Genau, das auf jeden Fall. Was man denkt, links sitzen jetzt aber schon wieder drei mehr Leute, so nach dem Motto. Warum sind die jetzt bei uns nicht? Also ich glaube, das war auch ein Lernprozess. Ja, das glaube ich. Was würdet ihr denn anderen Menschen mit an die Hand geben wollen, die gerade mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen? Ich würde sagen, wenn du es fühlst, definitiv machen und nicht zu viel drüber nachdenken. Wenn du irgendwie an der Ladenfläche vorbeiläufst und denkst, da hast du schon die Vision und möchtest das machen, auf jeden Fall machen. Ich glaube auch, einfach anfangen und nicht auf den perfekten Moment warten, weil desto länger man es vor sich her schiebt, desto unwahrscheinlich wird es, dass man wirklich anfängt. Man sollte es einfach versuchen, klar, sich schon einen groben Plan machen, aber dann anfangen, es umzusetzen. Und man wird merken, das macht riesig viel Spaß. Meistens, klar, es gibt auch Scheißmomente, aber insgesamt ist es einfach ein schönes Gefühl, sein eigener Chef zu sein, selber entscheiden zu können, was macht man wann, was macht man wie und einfach zu merken, wenn man eine Idee hat und die funktioniert, das ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Oder diese, also gerade in der Gastronomie, wenn du mit Menschen arbeitest, ich finde das total schön, dieses direkt zu sehen, wenn die Leute dann was geschmeckt hat oder so, dass sie direkt Feedback geben, dass man es sofort mitkriegt. Also das ist ja ein Produkt, wo du dann erlebst, wie die Leute da reinweisen. Wir hatten zum Beispiel auch mal ein Kind, dem Bagel dann so richtig so, oh, ich liebe Bagel. Das war so, wo du dachst, ach schön, das ist einfach niedlich. Also, ja. Ja, cool. Dann ganz herzlichen Dank euch beiden und weiterhin viel Erfolg. Danke sehr. Danke, dass wir hier sein durften.